Wir sind bereit, mit Ihnen die Energiewende umzusetzen. Nur das Stromnetz, das wir jetzt haben, ist nicht bereit für uns. Damit wir unsere Energie in die richtigen Projekte stecken können, müssen wir wissen, wo sie auch ans Netz gehen können. Wir fordern Transparenz zu den verfügbaren Netzkapazitäten und eine klar geregelte Vergabe. Damit alle unsere Kundinnen und Kunden ihre großen oder kleinen Sonnenstromanlagen in den nächsten Jahren anschließen können, brauchen wir ein stärkeres Stromnetz. Wir fordern einen klaren, verbindlichen und zukunftsgerichteten Netzausbauplan, online zugänglich für alle. In jedem Bundesland gibt es andere Vorgaben, Abläufe und Fristen für einen Zutritt zum Stromnetz. Das ist eine ungemeine Hürde bei der Umsetzung unserer Projekte. Wir fordern österreichweit einheitliche und klar kalkulierbare Anschlussvorgaben, sowie einen einfachen und transparenten Weg zum Netzanschluss.